Guck mal, was ich ausgepackt habe. Das ist eine neue Reihe Curves. Das geht um Pässe und Passfahrten. Ah, da ist der Gotthard drin, San Bernardino. Und weißt du, woran ich denken musste bei dem Buch? Nee. Dass ich immer gesagt habe, Mama, Mama, bitte kotzt. War ja auch kein Wunder. Immer am Fuß der Alpen gab es Nudelsalat. Und dann hat Papa Giovanni Battista in den Alpenpässen gespielt.